Hasliberg 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 1960 wurde auch im Hasliberg die erste Seilbahn gebaut. Die Vierergondelbahn baute die Firma Müller. Müller setzte auf die hauseigenen Doppelschraubchen für diese Bahn. Damals gab es noch keine Stationsförder und beschleunigt und verzögert wurde durch schiefe Ebenen. Das Personal der Bahn musste die Gondel durch die Station schieben und die Türen wurden mit einem Schlüssel von Hand geöffnet und wieder geschlossen. Seilbahnhof 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 1996, nach 36 Jahren mit Wien, wurde die Gondelbahn ersetzt. Die neue Gondelbahn wurde von Garaventa hergestellt. Man wählte für die Bahn sechsplätzige Kabinen aus, obwohl auch schon 8er oder 12er Gondel in Betrieb waren in anderen Skigebieten. Die Gondelbahn Dann wurden noch ein letztes Mal die altehrwürdigen Fachwehrstössen verwendet. Ein Jahr später setzte Garaveta auf rundere Stützen bei Unlachfrau. Bis im Sommer 2020 war die Bahn noch im Originalzustand. Dann bekamen sie eine neue Doppelmaler-Deal-Einsteuer. Untertitelung des ZDF, 2020 Die gelben Gründen stammen von der Firma Gangluf. Die Talstation Twing ist im Winter öfters nicht mit den Skiern erreichbar. Deshalb wurde die Mittelstation Lischen bei der Bahn eingebaut. Das Seil wird dort lediglich durch die Station geleitet. Deswegen ist auch keine Sektion trennen möglich. Die Bahn ist 2,4 Kilometer lang und überwindet fast 700 Höhen mit. 1200 Personen pro Stunde können die 65 Gondon transportieren. bis zum Buhren und Änderung des ZDF-Kommels Polis. Die Flächen vom Niederung des ZDF-Kommels des ZDF-Kommels. Ich bin uchtern vor Ort und der Fettbewert im Wohnzimmer. Schyde damals in der Bühre Kobe-Kommels Eren.